Eine Schande und gesunde Latschellen zu haben, ist FA-1-Viertel-R viele Menschen ein wichtiges Anliegen. Eine Magglichkeit, dies zu erreichen, ist durch kieferorthopadische Behandlungen. In diesem Video werden wir A-1-Viertel-BER verschiedene kieferorthopadische Behandlungsoptionen sprechen, darunter Zahnspangen, Aligner und mehr. Zahnspangen sind seit langem die ganglichste Behandlungsmethode FA-1-Viertel-R-Zahnfehlstellungen. Sie bestehen aus Metallklammern, die auf die Z-A-Ni geklebt werden und mit Drahtbaggen verbunden sind. Durch regelmaillige Anpassungen kann Ihnen die Z-A-Ni langsam in die Gewahr-1-Viertel-Enschte-Position gebracht werden. Zahnspangen sind effektiv, aber auch auffällig und unbequem. Viele Menschen, vor allem Erwachsene, suchen daher nach diskreteren Alternativen. Eine solche Alternative sind Aligner, auch bekannt als unsichtbare Zahnspangen. Aligner sind transparente Kunststoffschienen, die individuell angepasst werden, um die Z-A-Ni sanft zu verschieben. Sie sind nahezu unsichtbar und kann in zum Essen und Z-A-Ni-Putzen herausgenommen werden. Dies macht sie besonders beliebt bei Erwachsenen, die eine unauffallige Behandlung bei ein Viertelentschen. Aligner sind maglicherweise nicht F-A-1-Viertel-Ehr alle F-A-Li von Zahnfehlstellungen geeignet, aber F-A-1-Viertel-Ehr viele Menschen sind sie eine attraktive Option. Ein weiterer Trend in der kieferorthopadischen Behandlung sind selbstligierende Zahnspangen. Diese Art von Zahnspangen hat keine Gummibaränder, die die Drahtbargen in Position halten. Stattdessen verwenden sie spezielle Clips oder Verschla-1-Viertelsesse, die die Bewegung der Z-A-Ni effizienter machen. Selbstligierende Zahnspangen kann ihnen kein Viertlerzehre Behandlungszeiten und weniger Schmerzen wachend der Anpassungen bieten, was sie zu einer beliebten Wahl F-A-1-Viertel-Ehr viele Patienten macht. Neben den traditionellen Zahnspangen und Alignan gibt es auch andere Behandlungsoptionen, die in bestimmten F-A-Len angewendet werden kann ihnen. Dazu gehören Headgear, das an der Kopfseite befestigt wird, um den Druck auf die Z-A-Ni zu erhahen, und Gaumenspangen, die den Gaumen erweitern, um Platz F-A-1-Viertel-Ehr die Z-A-Ni zu schaffen. Diese Behandlungen sind weniger verbreitet, aber kann ihnen in komplexeren F-A-Len erforderlich sein. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wahl der kieferorthopadischen Behandlung von verschiedenen Faktoren ab H-NGT, einschläheilig des Schweregrads der Zahnfehlstellungen, des Alters des Patienten und seiner persönlichen Vorlieben. Ein erfahrener Kieferorthopad kann die verschiedenen Behandlungsoptionen Sorgfahl-T-G-Pra-1-Viertelfin und eine maigeschneiderte Behandlungsplanung F-A-1-Viertel-Ehr jeden einzelnen Patienten erstellen. Unabhängig von der Gewahr-H-Lten-Behandlungsmethode ist es wichtig, die Anweisungen des Kieferorthopadien genau zu befolgen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Regelmaheige Termine zur Anpassung der Zahnspangen oder Aligner sind entscheidend, um den Fortschritt der Behandlung zu A-1-Viertel-Behr-Wachen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Eine gute Mundhygiene ist ebenfalls unerlasslich, um Caries und andere Probleme wachrend der Behandlung zu vermeiden. Abschlie-Eind ist es wichtig zu betonen, dass eine kieferorthopadische Behandlung nicht nur zu einem Schanin-Latschellen F-A-1-Viertel rennen kann, sondern auch die Gesundheit der Zahne und des Kiefers verbessern kann. Indem Zahnfehlstellungen korrigiert werden, kann in Probleme wie Caries, Zahnfleischerkrankungen und Kiefergelenkschmerzen vermieden werden. Wenn Sie sich F-A-1-Viertel-R eine kieferorthopadische Behandlung interessieren, ist es ratsam, sich von einem qualifizierten Kieferorthopadin beraten zu lassen, um die beste Option F-A-1-Viertel-R Ihre individuellen Bäder-1-Viertler-Fnisse zu finden. Hmm.